Die Abenteuer meiner Spielzeuge. Möchtest du ein Bonbon? Ich gebe dir ein Bonbon, wenn du eine Aufgabe erfüllst. Einverstanden? Omnom, bist du bereit? Finde den blauen Ring. Gut gemacht, Omnom. Du hast ihn gefunden. Richtig, Omnom. Es gibt einen Ring. Sehr gut. Hier hast du ein Bonbon. Bereit für die nächste Aufgabe? Finde die grünen Ringe. Richtig. Gibt es noch weitere grüne Ringe? Prima, Omnom. Du hast die grünen Ringe gefunden. Zähle sie nun durch. Wie viele sind es? Richtig. Es sind zwei. Eins. Zwei. Und hier ist deine Belohnung. Richtig. 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 Noch eine Aufgabe? Na komm. Komm. Findet die gelben Ringe. Gibt es noch mehr gelbe Ringe? Sehr gut. Lass uns die zählen. Okay. Klamotchen Ok. Richtig. Es sind drei. Eins. Zwei. Drei. 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 Ach ja, die Belohnung. Hier ist sie. Drei. 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 Orangene Ringe gefunden. Eins, zwei, drei, vier, vier. Du hast dir das Bonbon verdient. Hier. Wir haben noch die roten Ringe. Lass uns die gemeinsam zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und somit haben wir einen blauen Ring, zwei grüne, drei gelbe, vier orangene und fünf rote Ringe. Omnom, du warst heute super klasse. Hier hast du noch ein Bonbon. Komm doch morgen wieder vorbei. Tschüss. Wuff, wuff. Das ist ein gelber Bauklotz. Dankeschön. Hallo Omnom. Möchtest du mitmachen? Wir bauen einen Turm. Hihi. Dann bringen wir uns jetzt grüne Bauglötze. Hihi. Hm. Äh. Hm. Hm. Hihi. Hihi. Oh. Tada. Aber das ist doch gar nicht grün. Omnom, der Dackel hat recht. Dieser Baustein ist dunkelblau. Hm. 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 Äh. Hihi. Tada. Omnom, das ist auch nicht grün. Das ist rot. Hm. 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 Omnom, schau mal. Hier siehst du alle Farben. Schau mal, Omnom. Das ist rosa. Das dunkelblau, hellblau, grün, gelb, orange und rot. Hihi. Hihi. Omnom, kannst du uns jetzt einen grünen Bauklotz bringen? Hihi. Hihi. Das ist richtig, Omnom. Omnom, sollen wir mal schauen, welche Farben unsere andere Spielzeuge haben? Oh. 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 Schau mal Omnom, hier haben wir einen grünen Schraubendreher. Oh. 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 Der kommt hierhin. Oh. 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 Oh, Obst und Gemüse. Die Mandarine ist orangefarben, die Tomate rot und die Birne grün. Damit das Obst und Gemüse nicht kaputt geht, sollten wir es in den Kühlschrank räumen. Danke schön, Omnum. Omnum, schau mal, was noch in der Kiste ist. Warum hast du denn Angst vor mir? Omnum, das ist doch nur ein gelber Angry Bird. Oh, Omnum, das ist zu schwer. Warte, ich helfe dir. Oh, das ist ein Tresor. Ich glaube, man braucht die Geheimzahl, um ihn aufzumachen. Omnum, ich kenne die Geheimzahl. Oh, Omnum, war das Bonbon gut? Hihi, Freunde, habt ihr das Bonbon auch gesehen? Und welche Farbe hatte es? Schaut mal, Freunde, hier haben wir eine orangefarbene Kehrmaschine. Schaut mal, die Kehrmaschine hat die Straße sauber gemacht. Und das sind die letzten Spielsachen. Vier kleine Boote. Rot, blau, grün und gelb. Oh, hihi, hihi. Die müssen ins Wasser, um zu schwimmen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Omnom, jetzt kennst du alle Farben. Und welche Farbe gefällt dir am besten? Hm. Hm. Ha. Hihi. Ja, natürlich, grün. Du bist ja auch grün. Hihi. Hihi. Ja, 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 ja. Woah. Okay. Oh? Oh? Oooh. Hehehehe. Hm. Huh? Oh. What? Nyaam. Nyaam, niyaam, niyaam. Hm? Hm? Na, Omnom, hast du das letzte Bonbon aufgegessen? Und du hast keine Süßigkeiten mehr? Sei nicht traurig, Omnom, lass uns das Bonbonpapier aufsammeln und dann fangen wir an, fruchtige Karamellbonbons zu machen. Omnom, was brauchen wir dafür? Richtig. Den Zucker. Na, und in welchem Geschirr kochen wir das Karamell? Richtig. Wir brauchen eine Schöpfkelle und auch einen Topf. Ich habe dich verstanden, Omnom, du möchtest viele Lutschbonbons. So, den Topf hast du geholt und hier ist der Zucker. Omnom, ich glaube, du hast das Wichtigste vergessen. Hm? Hm? Ah! Genau, das Obst. Mhm. 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 Ja, im Kühlschrank gibt es kein Obst. Wir müssen es suchen. Du möchtest im Schrank nachsehen? Na gut. Ah, da ist etwas. Was gibt es hier? Du hast eine saftige Mandarine gefunden. Lass uns den anderen Schubfächern nachsehen. Was ist da drin? Ah, hier ist eine Tasse. Was macht sie hier? Die müssen wir in die Spülmaschine legen. Die unteren Fächer haben wir überprüft und jetzt die oberen. Oh, du hast eine Zwiebel gefunden. Süße Bonbons mit Zwiebelgeschmack. Kann ich mir kaum vorstellen. Legen wir die Zwiebel zum restlichen Gemüse. Suchen wir weiter. Das ist doch dein Spielzeugauto. Was macht es hier in der Küche? Tun wir das ins Zimmer mit den Spielzeugen. Oh, du hast die Weintrauben gefunden. Oh, du hast die Weintrauben gefunden. Oh, du hast die Weintrauben gefunden. Ich glaube, da ist etwas. Was versteckt sich in der Waschmaschine? Wir haben eine Banane gefunden. Gucken wir weiter. In der Waschmaschine haben wir nachgesehen. In der Spülmaschine auch. Im Kühlschrank war nichts. Stimmt. Wir haben noch nicht im Ofen nachgesehen. Und hier versteckt sich eine Erdbeere. Amnam, sieh nur, welche Ausbeute wir haben. Wir haben eine Erdbeere, unsere Weintrauben, eine Mandarine und eine Banane. Wirf sie in den Topf. Eins, zwei, drei, vier. Schön durchrühren und den Deckel drauf. Soll es mal vor sich hin köcheln. Aha. Nur Geduld umnommen. Noch ein bisschen. Oh. 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 Ah, umnommen. Unsere Lutschbonbons sind fertig. Aha. Hol schnell eine Dose. Nun hast du wieder eine ganze Dose voll mit Lutschbonbons. Aber nicht alles auf einmal essen. Aha. Hallo Mnum, ich sehe, du hast ein neues Spielzeug. Darf ich mal gucken? Lässt sich nicht öffnen. Und diese Tür auch abgeschlossen. Auch hierzu. Die Schlüssel, aber natürlich. Wir brauchen die Schlüssel. Lass uns versuchen das rote Schloss zu öffnen. Es hat geklappt. Was ist los? Niemand drin? Lass uns die weiße Tür mit dem blauen Schloss öffnen. Wir brauchen den blauen Schlüssel. Auch hier ist niemand. Genau Mnum, wir haben noch die blaue Tür. Lass uns die öffnen. Lass uns die blauen Schloss 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 öffnen. Ja, es gibt drei Garagen, aber nur eins, zwei Autos. Lass uns die blauen Schloss öffnen. Omnom, lass uns deinen dritten Freund suchen. Glaubst du, er ist da drin? Na gut, lass uns nachsehen. Ich habe etwas gefunden. Einen roten Ring. Einen roten Ring. Genau, dieser Ring ist aus der Ringpyramide. Lass uns nachsehen. Lass uns die blauen Schloss öffnen. Lass uns die blauen Schloss öffnen. Bist du, da ist noch mehr drin? Mal sehen. Das ist ja ein Bonbon. Omnom, wir haben immer noch nicht den Bewohner der dritten Garage gefunden. Schauen wir mal, was wir bei den roten Kügelchen finden. Oh, das ist etwas Großes. Das ist eine Kuh. Aber Kühe leben nicht in der Garage. Kühe leben auf dem Bauernhof. Ja, Omnom, suchen wir weiter. Ich habe die Zahl 5 gefunden. Woher ist sie nur? Stimmt ja. Im Puzzle ist eine Lücke. Es fehlt genau die 5. Jetzt sind alle Zellen an ihrer Stelle. Omnom, sehen wir zwischen den bunten Kügelchen nach. Woher? 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 Na also, Om Nam, jetzt sind alle Autos an ihrem Platz. Eins, zwei, drei. Bye, bye.